Was hat Sie veranlasst, jetzt so eine Trockenschneidemaschine zu entwickeln? Ich meine, Sie haben ja erfolgreich am Markt Platz mit Nassschneidemaschinen. Ja, das ist richtig. Ja, den Anschluss gaben uns mehrere Dienstleister in den vielen Ausschreibungen und auch von Bauherren wird oft gefordert, dass Schneidaufgaben bis zu einer Tiefe von 100 Millimetern im Trockenschnittverfahren durchzuführen sind. Und um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir in enger Zusammenarbeit mit diesen Dienstleistern diese Maschine entwickelt.